Die beste Episode bis jetzt. Hä? Die hat doch gerade erst angefangen. Wie schaffst du es, so eine reine Haut zu haben? Schaut ihr meine Videos überhaupt? Gaffi B hat es doch schon mal erklärt. Seitdem ich Pringles benutze, hat sich mein Leben komplett verändert, ja? Meine Haut ist so rein wie nie zuvor. Mhm. Pringles sind was zum Essen. Nicht für die Haut. Ja, gut. Ich mag dich. Ich dich auch. Justin mit Prinzessin Lilifei als Profilbild. Die Lochis wohnen in derselben Stadt wie ich. Was soll ich tun? Kannst du mal deine Mutter zeigen? Meins denn unbedingt sein muss? Hier. Was zur Hölle war das? Hier. Hinter dir. Als ob jetzt irgendwas hinter mir wär. Ich hab's doch gesagt. Warum liebe ich dich? Die Frage ist eher, warum du mich nicht liebst. Weil du ein Huren... Komm ich in dein nächstes Video? Ansonsten schreibe ich deinen Namen in mein Death Note. Als ob ich mich ernsthaft von sowas einschüchtern lassen würde. Hoffentlich merkt niemand, dass es der Kommentar doch ins Video geschafft hat. Ich will KKK gucken um mein Internet-Spakt rum. Oh, das tut mir leid für dich. Aber vielleicht klappt... Was macht er da? Gaffi, was ist Liebe? Ne, jetzt mal ernsthaft. Das ist Liebe. Ne, jetzt mal Spaß beiseite. Das ist Liebe. 322 Sekunden verschwendet die Zeit. Jaja, die guten alten Zeiten als eine Minute nach 100 Sekunden hatte. Wartet mal. Mama? Was? Bei uns Frauen dauert eine Minute nur mal 100 Sekunden. Und wie sollen wir sonst die Zeit ausgleichen, die wir vom Spiegel verbringen? breakerreiser XXXXXXXXXXX Ja, der Kommentar passt auf jeden Fall zu deinen Namen ...sofern der sich auf deine Haarfarbe bezieht. Und nicht auf deinen Hund. Wieso ist deine Nase so groß wie der Schrank in dem das Walross liegt? In meinem Schrank liegt kein Walross? What the ... What the ... Hey, war noch zauberig. Gaffi, ich finde es unmöglich, wie du deinen Bruder so fertig machst. Schon mal drüber nachgedacht, dass er vielleicht auch Gefühle hat? Arschloch. Hurenso- Ja, mit Sicherheit. Wie hast du reagiert, als du erfahren hast, dass neue Dragonball-Folgen kommen? Geil, endlich neue Dragonball-Folgen. Was sagst du dazu, Song Gohan? Nice. Wer hat's erfunden? Eee, Bruder! Die beste Episode bis jetzt. Danke. Oh, das tut mir leid für dich, aber vielleicht klappt es ja bei der Folge. Ja, Freunde, das war's dann auch schon wieder. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Danke auch an Zabix für das Schauspielern des Walrosses. Was heißt hier Schauspielern? Den Link zu seinem Kanal findet ihr in der Videobeschreibung. Schreibt außerdem Kommentare für die nächste Folge unten rein. Und wenn ihr jetzt rechts von mir klickt, dann kommt ihr zu meinem letzten Video. Und unten drunter zur letzten Episode KKK. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Peace. Also, ich hoffe, das war's. Und dann sind wir die Folge. Ciao.